Dieser Bug verändert das neue Herr-Anwalt-Spiel komplett. Im neuen Winter-Update des Herr-Anwalt-Spiels zwingt dich Lasha mit einem Basketball drei Körbe zu werfen. Aber was, wenn ich dir sage, dass du die gar nicht treffen musst? Es reicht nämlich lediglich, dass du durch den Basketballkorb springst, um einen Punkt zu erzielen. Mit geschickten Ball-Bounces und Wall-Slides bekommt das jeder hin. Und wie die genaue Technik aussieht, siehst du in meinem neuesten YouTube-Video.